einen wunderschönen guten morgen wünsche ich habe ein bisschen was umgestellten das wollte ich gerne zeigen gut meine bilder habt ihr schon mal gesehen mein bergkristall und tourmalin auf meinem computer als schutz hier ist mein wea board da lege ich immer eine matte drauf staubt das nicht ein meine runentafel mein räucherpilz meine zwei trommeln meine höchste und tierler hier unten wo jetzt die kräuter stand habe ich meinen buddha bei euer stäbchen noch weiter runter habe ich da mein zubehör wie im brenner mal set folien und tüten für die kräuter das unten ist ein schleifgerät für glas stein und 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 hier in dieser kiste habe ich elektro sachen dann habe ich hier drei kästen stehen das sind dann meine ganzen kräuter da können wir ja mal kurz rein gucken hier habe ich alle meine kräuter hier drin und unten drunter geht es weiter und ganz unten auch mein kleiner vorrat hier oben habe ich auch noch mal alles mit kräuter voll wie wald rosmarin französischer rosmarin französischer thymian und so weiter steinpilze getrocknet hier auch noch salze und pilze tomaten getrocknet shiitake dann habe ich hier auch ein bisschen umgebaut meine engel jetzt bergkristall meine drei pendel bernstein selbst gemaltes bild von einem klienten dann noch ein stock weiter runter fluss und bachsteine kleine wurzeln steine aus kroatien hier unten habe ich meine ganzen kerzen ritualkerzen räucher kerzen zubehör federn hier habe ich auch umgeräumt da standen meine dvds jetzt habe ich meine tieren und die kerzen die geschenkt bekommen habe ok hier unten habe ich dann meine papers und mein tabak da ist mein selbstgemachter traumfänger meine puppen ja die hat gerade nichts an die wasche ich gerade die kleidung die anderen zwei kleidungen habe ich schon gewaschen meine kleine süße ich werde sie glaube ich nennen so wie ich jetzt mehrmals gehört habe meine steine meine ketten hier geht es weiter runter noch mehr steine meine feen meine klangschale meine wassersteine meine köpfe meine schachtel mit der blume des lebens das ist auch selbst gemalt vielen dank von einem klienten meine medaillons die ich immer zur sicherheit anhabe der heilige benedikt herzengel michael und das andere ist ein ein mosachat mein computer meine lampe mein drucker den tisch werde ich jetzt nicht zeigen der ist ein bisschen unordentlich na dann bis zum nächsten mal bye bye bye